Und weiter geht's ihr Lieben mit einem neuen Video hier von Russian Fishing 4. Und heute sind wir hier nochmal am Ladoga. Lange nicht mehr da gewesen, eher gesagt. Und am Ladoga gehen wir mal auf die ganzen freakigen Fische, die hier so hausen. Also, legen wir los, schnappen wir uns erstmal ein paar Bootstickets und zack, 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 zack. Und düsen los. Hoffentlich werden wir hier nicht voll geschissen von den ganzen Möwen. Hocken uns ins Boot und brettern erstmal raus auf den See. Wenn wir uns den Ladoga mal kurz anschauen. Ja. Viel, viel Fläche. Und wenig Fläche, wo wir mit den Grundrouten angeln können. Und deswegen brettern wir jetzt hier vorne an die Spitze dieser Insel. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So. Und da sind wir auch schon. Ich fahre mal hier so knapp dahinter. So. Das geht hier ganz gut. Und dann stellen wir uns direkt hier oben drauf auf die Spitze. Blicken. In Richtung 18 Meter Loch. Genau da wollen wir hin. Grob da wollen wir hin. Und wenn wir von hier aus messen, bis hier hin. Tja. Dann sind das wieder so rund 60 Meter. Und diese Strecke müssen wir im Idealfall überwinden. Um in das tiefe Loch reinzukommen. Oder sogar noch weiter. Das bedeutet ja sowas wie Winkelpicker oder sowas. Damit hat man wahrscheinlich zu wenig Wurfgewicht. Ich komme mit meinen Winkelpicker damit leider nicht bis dorthin. Das heißt, ich muss mir was passendes zusammenbauen. Und in dem Fall, da wir ja hier jetzt auch nicht auf riesig große Fische gehen. Dann schnappe ich mir mal eine dünne Braid. Und ja, Inline-Montage lassen wir so wie es ist. Dann haue ich hier mal ein dickes fettes Blei drauf. 112 Gramm. Dann ein dünnes Vorfach. Ein dünnes Vorfach. Sagen wir mal sowas wie 9,7 reicht. Vielleicht teste ich auch gleich nochmal ein kleineres. Und dann spiele ich ein wenig mit den Haken. Ich sage mal 6er Haken, 4er Haken. Das ist gar nicht so verkehrt. Und ganz wichtig hier Eintagsfliegenlarve. Vielleicht teste ich gleich auch nochmal Köcherfliegenlarve und Steinfliegenlarve. Aber wichtigster Köder die Eintagsfliegenlarve. Und den Prügel werfen wir dann. Vielleicht sogar so ein bisschen zu dieser Kante hier. In diese Richtung. Weil dann landen wir noch eher hier in diesem Bereich. Also ruhig ein bisschen schräg. Und dann raus damit. Volles Mett. Und ihr seht, das geht ganz schön weit raus. Das ist auch gut so. Ganz wichtig auch noch erstmal ein bisschen absinken lassen. Offen lassen den Bügel. Das Blei muss jetzt ja erstmal 18 Meter in die Tiefe sinken. Ja und in der Zwischenzeit bauen wir uns dann das nächste Gerät zusammen. Beziehungsweise wir schauen mal eben. Ich glaube ich baue mir nochmal kurz ein etwas kleineres Vorfach. Normale Vorfächer. Die brauchen wir jetzt dafür. Ich baue mal eins, was ein bisschen länger ist. Die Kombizange ist schon ausgerüstet. Und dann nehmen wir hier Fluorocarbon-Schnur. Ich glaube ich mache mal ein längeres mit 9,8. Fluorocarbon. Und 9,8 Kilo Tragfähigkeit. Ich glaube es wird mir auch 9 reichen. Wenn ich jetzt hier 9 Kilo... Ja, 9 reicht mir. Das heißt jetzt nehme ich hier einfach den Wirbel dafür. Zack. Tun ihn dazu. Das heißt das Vorfach hat jetzt am Ende eine Tragfähigkeit von 9 Kilo. Das ist halt das schwächste Glied wieder hier in diesem Set. Anfertigen. Und dann haben wir jetzt hier ein 9 Kilo 60 Zentimeter Vorfach. Das testen wir jetzt hier. Also auch da wieder die 12 Kilo geflochtene. Dickes fettes Blei. Und jetzt geht es hier... Wo ist es? Oh ne. Hätte ich mir einen Fieder machen müssen? Tatsache. Nicht normal, sondern es hätte ein Fieder sein müssen. Also das Ganze direkt nochmal. Gehen wir nochmal runter auf die Vorfächer. Fieder. 60 Zentimeter. Das ist jetzt... Das andere wäre jetzt fürs Spinning zu verwenden. 9 Stück. Und gib ihm. So. Jetzt haben wir es aber. Und dann können wir es auch hier... Da ist es. Da ist es. Fluorocarbon. 60 Zentimeter. 9 Kilo Tragfähigkeit. Genau. Das ist gut. Dann machen wir jetzt hier nochmal den passenden Haken dran. Und die Eintagsfliegenlarve. Und auch das Gerät volles Met raus. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das deutlich besser funktioniert. Auch da erstmal absinken lassen. Hier ist jetzt schon mal zu. Und als Check, ob ihr auch wirklich dann in diesem Loch drin seid, da sieht man, wie flach die Schnur gleich verläuft. Beziehungsweise wie steil, zack, die runter geht. Und ich glaube, da ist sogar schon was dran. Ja. Und hier auch jetzt. Ich ziehe, zack. Geht richtig schön weit runter. Ja. Tatsächlich ist schon was dran. Bremse runter, nicht vergessen. Ich habe ja hier nur ganz dünne Vorfächer. Auch bei der zweiten gleich. Das sieht aber auch schon ganz gut aus vom Gewicht. Ja. Welche Fische sind hier drin? Wir gehen hier gleich auch nochmal ein bisschen durch. Aber ich werfe gleich erst noch die dritte Route aus. Wer jetzt die Tage im Livestream mit dabei war, hat es wahrscheinlich auch schon gesehen. Da sind auch schon einige reingerasselt. Von den verschiedenen Ränken. Von den Maränen. Von den Rotaugen. Die waren tatsächlich auch mit dabei, aber es waren zum Glück nicht so viele. Wirklich nur wenige dabei. So. Und jetzt die dritte Route auch noch schnell umbauen. Und dann gucken wir mal, was geht. Dickes fettes Blei. Vorfach wieder auf. Machen wir hier mal ein ganz dünnes drauf. Machen wir hier mal so ein 7-7er. 7-7er und einen kleineren Haken. Nämlich hier mal einen 6er-Haken. Und die Eintragsfliege. So. Genau. Das benutzen wir so. Hier dann natürlich die Bremse, die entsprechend weit runter. Volles Meter rauswerfen. Und absinken lassen erstmal. Es ist von der Frequenz her ist es mittelprächtig. Also es ist halt immer wieder mal was dran. Vielleicht kann man ja auch zwischendurch hier, wenn man da nicht so viel Lust drauf hat, wenn man ein bisschen aktiver was machen will, kann man ja mit Sicherheit auch mit den Leitrouten oder mit der Spinnroute hier noch ein bisschen durchjiggen. Aber in der Regel ist es hier, ich sag mal von der Frequenz ganz okay. Immer mal wieder was dran. Manchmal muss man die Routen auch ein bisschen kontrollieren. Nicht alle Fische bimmeln richtig wild los. Gehen wir mal eben kurz durch, was alles dran geht. Den lassen wir erstmal noch schnell ein bisschen bimmeln hier. Also. Von den ganzen Ränken. Voltio-Ränke hatte ich. Voltio-Ränke. Die Foxy-Ränke. Die war dran. Die Walambuckel-Maräne ist auch ein komisches Viech. Die war auch dran. Ripus-Maräne war dran. Und Lodoga-Ränke. Und bei den Saiblingen war tatsächlich mehrfach der Lodoga-Saibling auch im Kilo-Bereich dran. Und natürlich der Bach-Saibling. Wobei Bach-Saibling relativ klein dran war. Aber ihr seht. Auch hier in den Rekorden bis zu 9,8 Kilo wurde er schon gefangen. Lodoga ist tatsächlich nicht in den Rekorden. Und auch hier mal auf die Köder achten. Hier haben wir es. Die Steinfliegen-Larve. Ja gut. Köcher wollen wir jetzt hier nicht. Aber immer wieder mit drin. Also die Köder auf jeden Fall regelmäßig ausprobieren. Testen. Und dann gucken, was hier so reinrasselt. Wichtig wie gesagt, im Idealfall seid ihr hier direkt in diesem 18 Meter Loch. Oder wenn ihr nicht ganz so weit rauskommt, auch einfach mal von hier versuchen ins 11 Meter Loch hier in diese Rinne. Da kann man da natürlich auch richtig gut rein. Und es sind, naja, ich sag mal, vielleicht so um die 30 Meter eher nur. Wenn man hier ganz flach rangeht. Das kann man natürlich dann auch deutlich leichter erreichen. So, gucken wir mal, was hier geht. Und wenn die ersten Brocken dran sind, schalten wir natürlich wieder rein hier. Da zuppelt es langsam los. Und ich glaube hier auf der zweiten auch schon. Na ja. Auf zwei gerade gleichzeitig. Lassen wir sie da erstmal noch ein bisschen zuppeln. Na, ich glaube hier in der Mitte ist schon aktiver. Die, da bewegt sich die Schnur auch schon so ein bisschen. Schön locker einkurbeln. Auch hier die Bremse nicht zu hoch. Vielleicht auch nicht zwingend mit Turbo einkurbeln. Also dieses ganz schnelle Einkurbeln machen. Denn ihr holt die Fische ganz tief da hinten aus diesem Loch raus. Und das ist halt immer ein bisschen mies, wenn die so an dieser Gewässerkante unten an der Tiefe sind. Dann gegen die Kante irgendwie klatschen. Nicht, dass die dann irgendwie abreißen oder so. Einfach langsam hochziehen. Und dann so ab der Hälfte merkt man, dann schwimmt der auch schon weiter oben hier. Manchmal gibt es auch so einen kleinen Ruck, wenn er über die Kante drüber ist. Und dann hat man ihn. Das sieht auch schon ein bisschen rötlich aus. Das ist natürlich richtig schön. Und habe ich da weiße Spitzen gesehen? Ja. Der Bachsaibling. Schöner Bachsaibling. Maßiger Fisch. Wunderschönes Vieh. Nehmen wir natürlich gerne mit. Darf aber auch gerne noch größer werden. So. Raus damit. Erstmal ein bisschen absinken lassen. Auf 1 ist auch noch was dran. Sehr gut. So. Jetzt wieder vorsichtig über die Kante ziehen. Zap. Ich glaube, ich sehe schon rüber. Gibt so kleine Ruckler dann immer. Na, gucken wir mal. Es ist natürlich, es ist natürlich wirklich weit raus, ne? Ist jetzt schon wieder ein Rotauge? Ein räudiges? Ne. Noch schlimmer. Schäbig. So. Jetzt sind wir hier auf dem 7.7er Vorfach. Das hier ist das leichtere, das feinere Setup. Gucken wir mal, was hier geht. 7.7er. Vielleicht muss man einfach hier ganz fein rangehen. Das ist auch schon wieder so hell, ne? Oder? Was haben wir hier? Ne Foxy-Ränke. In klein. Ich glaube, so gerade eben maßig. Auf dem 6er-Haken. Und gib ihm richtig weit raus. So. Ich glaube, hier war noch irgendwo was offen. Ja, die war noch offen. Mal langziehen hier. Hier auch. Na, ist da schon wieder was dran? Ich kurbel hier schon die ganze Zeit. Ja, da war schon was dran. Schon gehakt wieder. Sehr gut. Ja, und wie gesagt, so von der Frequenz her, vom Tempo her, so schön einer nach dem anderen, so geht das hier. Ähm, es ist halt nicht jeder Fisch sensationell. Es ist übrigens auch von der Kohle her nicht unnormal belohnt. Nee. Das ist einfach nur hier die Möglichkeit, ähm, oder die Chance auf diese, ist das eine Quappe? Auf diese doch recht seltenen Fische. Und es gibt halt immer wieder, immer wieder Leute, die sagen, oh, ja, Ladoga-See, Alter. Keine Ahnung, was macht man da? Ladoga-See? Pff, war ich noch nie. Und, ähm, ja, wenn euch diese Fische fehlen, einfach mal hier hinhocken. Durchziehen. Und, oh, sehr schön. Und ausprobieren. Ja, so sollen sie sein. Sie sollen in die Bremsen gehen. Richtig gut, ey. Aber hier ist ja so ein feines Setup. Ich glaube, der könnte schon mit 600 Gramm hier in die Bremse gehen. Und da kommt er wieder an. Sehr gut. Auch wieder rötlich. Das ist immer richtig gut. Die wollen wir auch haben. Wieder ein schöner Bach-Seibling. Wunderbar. Das sind halt die Kollegen, die ihr dann auch mal ein bisschen, ein bisschen Kohle bringen. Ähm, ich versuche es hier tatsächlich mal noch etwas leichter. Ich gehe mal auf 6,4 runter. Noch mal ein dünneres Vorfach. Schön raus damit. Ich meine, wir haben hier 450 Meter Schnur drauf. Da können wir zur Not auch lang drillen. Bisschen absinken lassen. Und vielleicht teste ich einfach mal auch auf den anderen Routen gleich die, ähm, die anderen Köder, Köcherfliegen und Steinfliegenlarve. Aber erst mit den nächsten Fischen. Und da zuppelt es auch schon wieder los. Tja, hat gar nicht so lange gedauert. Da geht es auch direkt wieder los. Aber immer noch ein bisschen warten. Entspannt. Kein Stress mit den Fischen. Gut. Ja und nochmal, ich müsste mich hier auch tatsächlich mal wochenlang, glaube ich, hier hinsetzen. Einfach um die mir noch fehlenden Trophäen hier zu, oder die Chance einfach dann aufzuhaben, die zu kriegen. Weil ich finde, es ist halt die, die einzige Möglichkeit hier, ähm, einfach mit den Grundrouten auch zu angeln. Ah, ich sehe es schon. Oh! Ich dachte, es war so hell. Ha! Ah, den hatte ich jetzt die Tage noch nicht. Das ist ja geil, ey. Klotz-Saibling. Auch super selten und super ergiebig. Auch da fehlt mir die Trophy. Richtig sexy. Geil, Alter. Klotz-Saibling 500 Gramm. Gerade eben maßig. Krass. Schönes Ding. Das ist natürlich richtig sexy. Geil. Ähm, trotz allem, ich ändere mal eben den Köder. Ich gehe mal auf die Steinfliege. Und raus damit. Ach du Scheiße, da ist sogar schon direkt was dran. Ja, Mann. Ja! 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 Ja, 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 ja. Hoffentlich kein Rot-Auge. Nicht schon wieder. Oh, oh, oh. Die Gewässerkante jetzt. Ich kurbel ganz vorsichtig gerade. Alter. Der hat richtig Bock. Eskaliert hier so ein bisschen rum, der Fisch. Geht auch so ein bisschen noch in die Bremse. Aber ich stelle noch nicht hoch. Wenn er richtig abziehen will, dann lasse ich ihn ziehen. So, schön flach halten. Vorsichtig hier ranziehen. Na. Er schwimmt nach links, er schwimmt nach rechts. Da wehrt er sich schon. Kann natürlich noch eine Seeforelle sein. Ne, ist auch wieder eine Renke, eine Maräne. Oder weißt du, Geier, was das wieder ist. Uhuhu. Ja, Baby. Bam. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. 1,5 Kilo. 1,5 Kilo. Foxy-Renke. Foxy-Lady. Ja, Mann. Sehr, sehr gut, ey. Richtig gut. Schön. Schönes Ding. Leichte Montage. Die hat es wieder gebracht. Also raus damit. Absinken lassen. Und schnell die anderen auch ein bisschen umbauen. Also, ich brauche hier einmal die ganz, die mitteldünne. Machen wir es erstmal so. 6,8er. Viererhaken lasse ich dran. Steinfliege lasse ich dran. Aber 60 Zentimeter, 6,8er Vorfach. Feineres Vorfach. Also Bremse weiter runter. Und hier wird es ganz tricky. Ich bin gespannt, wie sich das gleich verhält mit diesem super dünnen Vorfach. Hier ist es von 4 Kilo. Also, vorsichtig raus damit. Ich mache sogar mal auf 4 runter. Hochdrehen können wir immer noch. So, raus damit. Absinken lassen. Es ist immer noch ein recht großer Haken. Ja. Aber wir wollen ja auch die dicken Brocken. Von daher passt das schon. Übrigens natürlich hier rein optisch. Richtig geil. Bis zum Horizont und noch viel weiter. Eppah, was haben wir denn da? Nee. Nee, Esche. Ach, wat. Das ist ja nett. Es zuppelt wieder los hier. Es zuppelt wieder los. Auf der Altbekannten. Mir fällt gerade ein. Ich werde, glaube ich, alle Routen mal mehr in Richtung Mauer werfen. Mehr an die Wand. Gucken wir mal, ob das was bringt. Die 2 geht auch gerade los. Da ist die Steinfliege drauf. Kurz vor 0 Uhr rasseln hier nochmal die Bisse rein. Heppah. Ludoger Ränke. Auch ein schöner Fisch. Sehr gut. Aber gerne auch in den Kilo-Bereich darf der gehen. Tipptopp. Also, ein bisschen mehr in Richtung Mauer. Und es bimmelt tatsächlich auch auf der 4-Kilo-Route jetzt. Oha. 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 Na, das ist nicht ganz so groß hier. Nochmal. Ludoger Ränke. Sehr gut. Ist die Nacht aktiv oder was? Kann das sein? Oh, jetzt bin ich hier ein Stückchen runtergefallen. Oh, oh, oh. Nicht, dass ich ins Wasser falle. Mal hier rum. Nein. Jetzt bin ich noch tiefer runtergefallen. Nein. Nein. Katastrophe. Nein. Ich will nicht ins Wasser. Fuck. Was kann ich machen? Nein. Richtige Katastrophe. Ich versuche mich wieder hochzubacken. Nein. Wie schlimm. Einkurbeln. Ich hoffe, ich kann entweder das Boot greifen. Oh mein Gott. Katastrophe. Erstmal die Rute aus der Hand legen. Entweder kann ich das Boot greifen oder mit einer anderen Rute. Nein. Ich bin wieder oben. Hahaha. So, jetzt ist hier das leichte Vorfach. Vier Kilo. Uff, ey. Das wär's gewesen, ey. Also aufpassen. Scheiße. Ein Schritt zu weit und schon plunsch. Liegt man hier im Wasser. Du Kackfisch. Mann. Dafür das ganze Geraffel. Oha, 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 oha. Was geht denn da ab? Gerade vor Spaß nochmal geradeaus hier zwischen die beiden Inseln geworfen. Da landet man ja so ungefähr im Elfmeterloch. Ja. Oder sogar noch ein bisschen weiter. Dann hab ich auch nochmal die Bleie erhöht. Auch nochmal ein bisschen mehr Gewicht dran gepackt. 140er. Das heißt, ich komme also nochmal viel weiter raus. Übrigens, fragt mich bitte nicht nach einem Clip. Kein blassen Schimmer. 60 plus. Und jetzt gucken wir mal. Das war jetzt ratzfatz hier auf der Steinfliegenlarve. Was wir denn noch hier dran haben. Dementsprechend lang muss man natürlich auch kurbeln, ne? Da gehen schon ein paar Meter raus, ey. Ja, ich glaube, ich bin ganz zufrieden hier. 450er Schnur. 450 Meter drauf. Da haben wir doch nochmal so einen Kandidaten hier. Äh, komm ran hier. Ludogarenke nochmal mit einem Kilo. Schönes Gerät. Da werfen wir jetzt gleich nochmal schön hin. In die Richtung. Zack. Und er geht weit. Schön. Plunsch. Ja. Einfach hier in diese Richtung. Ich glaube, man kann sogar noch weiter rüber. Ja. In Richtung der zweiten Insel. So. Die anderen werfe ich auch nochmal in die Richtung aus. Ähm. Und dann probieren wir da nochmal ein bisschen weiter. So. Dann schauen wir doch jetzt mal nach langem Angeln, was wir denn hier jetzt alles so dran haben. Sortieren wir das Ganze mal. Und sehen schon, allein so nach den Preisen sortiert, ähm, so eine kleine Foxy-Renke bringt zwar 17 Silber, was gar nicht so schlecht ist, mit 1,5 Kilo. Ähm, aber so diese Ludogarenken, 6, 7, 8 Silber, 9 Silber, also wahnsinnig viel ist es nicht. Ganz interessant war natürlich jetzt auch der Klotz-Saibling hier. Das ist schon sehr, sehr selten. Bach-Saiblinge waren gar nicht so viele dran. Da hatte ich jetzt die Tage im Stream deutlich mehr. Und auch, ähm, mehrere Ludogar-Saiblinge. Die gingen da richtig gut. Aber ich werde es noch weiter probieren. Dafür mal wieder. Einen Trophy-Rotauge, ein dickes, fettes. Europäische Esche ist auch äußerst selten. Ähm, ja. Und so ein bisschen was an Kleinkram. Ähm. Ludogarenke. Foxy-Renke. Und, ja. Wahl am Buckelmaräne hatte ich dann leider nur im In-Game-Chat gesehen. Funktionierte anscheinend auch. Auch im Elfer. Leider nicht bei mir. Verkaufen wir den ganzen Sermon. Wie gesagt, richtig viel Kohle macht man nicht. Schaut natürlich vorher nochmal im Café. Und, äh, ja. Probiert es aus. Wenn euch die Fische fehlen hier vom Ludogar, ab auf die Insel. Dickes Blei. Massiv weit rauswerfen. Äh, dünnes Vorfach. Und, rausziehen die Brocken. Und die ganzen Exoten. Wenn dir das Video gefallen hat, den Kanal natürlich abonnieren. Die Glocke direkt hinterher. Damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und, wenn du Fragen hast, immer gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Oder im Livestream die Fragen stellen. Bis dahin. Tschüss.